herzlich willkommen zu einem neuen webinar der firma evolution international mit mir heilpraktikerin christine baumann ich darf ihnen heute ein ausgesprochen fröhliches thema vermitteln es geht um happiness und mental health und was wir tun können um eben diese zustände zu unterstützen um unsere mentale gesundheit zu stärken und unser unsere glücksgefühle regelmäßig zu füttern und zu nähern was ist eigentlich gemeint mit mentaler gesundheit es ist ja ein schlagwort was heutzutage durchaus häufiger verwendet wird was ein bisschen trendy ist möchte ich sagen auch was mehr und mehr in den fokus rückt was ich eine sehr schöne bewegung finde aber was ist damit überhaupt gemeint also zum einen ist damit gemeint so wie in der gesundheitsdefinition von der WHO auch dass es eine abwesenheit von psychischen störungen gibt und erkrankungen wie beispielsweise burnout oder depression oder angststörungen richtige mentale gesundheit geht aber eben einfach noch einen schritt weiter und es geht nicht nur um die abwesenheit dieser mentalen störungen sondern es geht tatsächlich eigentlich darum mentale wohlfühlfaktoren gut wahrnehmen zu können und um sich herum auch zu haben also da ist gemeint die arbeitszufriedenheit da gehört das thema work life balance mit dazu das muss ja alles heutzutage immer neudeutsche begriffe haben das ist das allgemeine wohlbefinden also wie fühle ich mich mit mir selber und in meinem sozialen umfeld die soziale anbindung spielt eine sehr sehr große rolle ob das jetzt familiäre hintergründe sind ob das einfach das eingebettet sein in eine freundschaftliches netzwerk ist oder in vereins gefüge einfach in die gesellschaft die uns umgibt ob wir uns da aufgehoben fühlen da gehören faktoren dazu wie die möglichkeit sich persönlich entwickeln zu können und entfalten zu können und nicht eingeschränkt zu sein in dem was man in seinem leben so mit sich vor hat und ob ein das erfüllt was man so tut und ob man einfach die chance hat über seinen tellerrand hinaus zu wachsen über sich hinaus zu wachsen sich immer wieder neu zu erfinden oder vielleicht auch zufrieden zu sein mit dem status quo aber eben sich mental entfaltet zu haben und da hat natürlich jeder irgendwie individuelle ressourcen oder themen die mit der mentalen gesundheit mit dem eigenen glücklich sein mit der happiness zu tun haben das können sehr sehr viele dinge sein wir wissen heute dass die mentale gesundheit einfach ein grundlegender faktor ist für arbeitsfähigkeit dafür dass wir leistungsfähig sind aber auch darüber hinaus dafür dass wir an einem gesunden sozialen leben überhaupt teilhaben können das ist ein bisschen so wie mit der henne und dem ei einerseits brauchen wir ein zufriedenstellen des soziales umfeld um mental gesund zu sein und happy zu sein andererseits brauchen wir mentale gesundheit um auch in unserem sozialen umfeld teilnehmen zu können können an einem sozialen umfeld teilnehmen zu können und natürlich ist diese mentale gesundheit einfach eine grund grund baustein für unseren allgemeinen gesundheitszustand wir wissen heute dass die psyche eine ganz ganz große rolle dabei spielt ob sich chronische erkrankungen entwickeln die psyche ist ein ganz wichtiger faktor wenn es darum geht wie unser immunsystem reagiert und wie aktiv es ist wir wissen dass die psyche eine ganz große rolle spielt im einfluss auf unsere verdauungsorgane auf unsere hirnleistung auf unseren hormon auf unsere hormonelle balance und eben nicht nur auf die stresshormone sondern tatsächlich insgesamt auf unsere hormonelle balance all das sind themen die von unserer mentalen gesundheit von unserer happiness beeinflusst werden und letzten endes geht es hier im großen und ganzen um salutogenese ich habe vorhin schon gesagt es ist so dass das sehr individuelle ressourcen sind auf die da jeder zugreift wenn es um das thema mentale gesundheit und happiness geht wir wissen aus der forschung rund um das thema salutogenese das eben neben diesem eingebettet sein oder eigentlich noch vor diesem eingebettet sein in ein soziales umfeld ist das ist ein ganz ganz wichtiger faktor dass wir uns in irgendeiner form spirituell angebunden fühlen also das muss das ist total individuell verschieden an was man glaubt aber man hat festgestellt dass die der glaube an eine übergeordnete instanz ob das das universum ist ob das götter sind gott ist eine gottheit ist ob das bestimmte spirituelle lehrer sind die die vorstellung dass es etwas gibt was uns schützt was uns nähert was uns führt was uns leitet das kann ganz essenziell wichtig sein in krisensituationen wenn es eben darum geht die mentale gesundheit zu behalten und das ist natürlich etwas was jeder für sich ganz individuell auswählen kann und muss und was auch nicht therapeutisch wirklich vermittelt werden kann oder begleitend vermittelt werden kann und man weiß aber eben dass wenn diese spirituelle anbindung verloren geht oder einfach nicht vorhanden ist weil jemand einfach sich da ganz davon ausnimmt dass dann emotionale mentale krisen deutlich mehr an die substanz gehen deutlich intensiver und unangenehmer erlebt werden weil einfach dieses gefühl eines rückhalts einer stütze auf einer höheren ebene komplett fehlt und der nächste schritt sozusagen nach dieser spirituellen anbindung also das was uns sonst den rücken stärkt in schwierigen situationen ist natürlich eben das soziale umfeld darum habe ich bin ich da vorhin auch so darauf rumgeritten und die aussicht darauf dass dinge wieder besser werden können was also ganz viel mit der spirituellen oder der mentalen entwicklung zu tun hat und den entfaltungsmöglichkeiten zu tun hat also das heißt das hängen ganz ganz viele verschiedene faktoren daran an diesem thema mentale gesundheit und tatsächlich ganz ganz viele faktoren die mehr mit unserer einstellung mehr mit unserem inneren zu tun haben und die wir gar nicht so sehr therapeutisch oder auch ernährungstechnisch sozusagen beeinflussen können trotzdem ist es so dass wir bestimmte faktoren tatsächlich auch körperlich beeinflussen können oder das bestimmte faktoren auch körperlich beeinflusst werden wir wissen dass mikronährstoffmängel im allgemeinen unsere leistungsfähigkeit dezinieren und in dem moment wo wir uns erschöpfter und schlapper fühlen leidet natürlich auch die mentale gesundheit weil wir eben das gefühl haben nicht die kraft zu haben uns mental zu entwickeln und wenn wir erschöpft sind dann erschüttert uns ein psychologisches thema einfach noch mal doppelt wohingegen wenn wir uns ganz in unserer kraft fühlen und wenn wir gut uns körperlich auch gut fit fühlen dann können wir oftmals mit zu den unebenheiten die das leben einfach zwangsläufig mit sich bringt meistens sehr viel besser umgehen darum ist also ein guter grundlegender mikronährstoff status auf jeden fall schon mal ein ganz wichtiger faktor auch für die mentale gesundheit und für den umgang mit psychischen krisen außerdem wissen wir dass es eben bestimmte glückshormone gibt oder botenstoffe gibt die ganz viel mit unserer laune zu tun haben das ist eine ganze handvoll was es dann bodenstoffen gibt wir wollen nicht zu sehr in die enokrinologie gehen aber ich habe mal ein paar mitgebracht die ich ganz gerne vorstellen möchte eben weil wir die auch durchaus teilweise über pflanzliche unterstützung oder über bestimmte nährstoffe unterstützen können und das hilft uns natürlich von innen heraus wenn wir an diesen schräubchen an denen wir drehen können tatsächlich auch drehen dann können wir dann haben wir einfach mehr mentale power um dann auch mit den unebenheiten umzugehen und vielleicht diese anderen schräubchen an denen wir nicht von innen heraus körperlich drehen können einfach anders anzugehen serotonin dürfte jedem bekannt sein ich werde auch gleich noch mal genauer darauf eingehen was es so alles macht oder alles macht das können wir heute abend wahrscheinlich nicht klären aber ein paar aspekte werde ich zum serotonin gleich noch erzählen wir können auf jeden fall mal ganz allgemein sagen serotonin ist ein bodenstoff der die stimmung aufhält und uns in balance bringt oder hält oxytocin ist so ein stoff der ganz ganz viel mit unserer psychischen gesundheit zu tun hat oxytocin ist das kuschelhormon so unter den endokrinologen sagt man manchmal ist die gefährlichste droge die es gibt auf der welt weil oxytocin gefügig macht wenn es in einer gewissen menge ausgeschüttet wird zum beispiel ist es eben so bei der frau wenn die ein kind gerade geboren hat unter der geburt wird sehr viel oxytocin ausgeschüttet und auch beim stillen wird sehr viel oxytocin produziert das ist das bindungshormon und das hat ganz viele positive effekte dann auf die frau erstens ist es eben schmerzstillend es reduziert stress und ängste und es hat aber eben ganz viel zu tun mit der empathie und dem allgemeinen wohlbefinden also dieses glücksgefühl was in der schwangerschaft zum beispiel auch bei vielen frauen vorherrscht das hat was mit dem beta hcg zu tun mit dem schwangerschaftshormon das hat aber auch ganz viel mit dem oxytocin zu tun was sich dann der blutbahn befindet was einfach so ein generelles grundlegendes wohlbefinden macht nicht nur schwangere frauen schütten oxytocin aus oxytocin wird unabhängig vom geschlecht ausgeschüttet bei berührung bei umarmungen wenn wir uns in verbindung mit jemandem fühlen auch wenn wir in verbindung mit einem haustier zum beispiel gehen überall dort wird oxytocin ausgeschüttet es fördert unsere empathie also das mitgefühl dass wir mit unserem gegenüber empfinden können und aber auch unser eigenes allgemeines wohlbefinden und hilft uns eben besser mit stress und ängsten umzugehen ein weiterer botenstoff der ganz viel mit unserem wohlbefinden zu tun hat ist das dopamin das sogenannte belohnungshormon das ausgeschüttet wird wenn wir das gefühl haben was richtig gut gemacht zu haben zum beispiel dann wird dopamin ausgeschüttet wenn man ab und zu mal selber auf die schulter klopfen dann produziert das sozusagen dopamin dopamin sorgt dafür dass wir emotional stabil sind und dopamin ist ein ganz wichtiger ja wie soll man sagen auch ein ganz wichtiger baustein der dafür sorgt dass bestimmte empfindungen und auch bewegungs impulse weitergeleitet werden wir sehen dass wenn es störungen gibt im dopamin haushalt das ist zum beispiel bei morbus parkinson der fall dann werden also bestimmte empfindungen nicht mehr weitergeleitet dass wir können tatsächlich auch auf der haut bestimmte dinge nicht mehr spüren bestimmte impulse nicht mehr gut wahrnehmen es entwickeln sich neuropathien dann können bewegungs impulse eingeschränkt sein und wir können also bestimmte bewegungen nicht mehr richtig ausführen und tatsächlich ist es auch so dass im fortgeschrittenen stadion von parkinson die patienten dazu neigen gereizt zu sein oder emotional zu entgleisen also anhand von so einer erkrankung wo dieser stoffwechsel gestört ist kann man relativ gut sehen was macht dieser bodenstoff eigentlich alles und wie wichtig ist der nur adrenalin ist eines unserer wichtigen stress hormonen hormone zusammen mit dem mit dem adrenalin zum beispiel das ist wenn wir kurzfristige stress situationen haben dann werden diese beiden hormone ausgeschüttet und die machen uns konzentriert und aufmerksam nur adrenalin ist auch dafür zuständig dass wir motiviert sind dass wir sagen wir haben jetzt bock die dinge anzupacken jetzt jetzt reiße ich es an jetzt bringe ich es zu ende jetzt kann ich diese aufgabe gut bewältigen das ist das was wir empfinden wenn wir nur adrenalin ausgeschüttet haben es gibt eine ganze menge endorphine von denen wir beispielsweise wissen dass sie ausgeschüttet werden wenn wir sport machen wenn wir muskulatur bewegen aber auch wenn wir ausdauersport betreiben aber auch in anderen situationen werden endorphine ausgeschüttet das sind die das so eigentlich als glückshormone bezeichnet oder glücksbotenstoffe bezeichnen die ganz unterschiedliche dinge tun die können wenn sie in großen mengen ausgeschüttet werden was zum beispiel bei marathon läufern oftmals der fall ist können die so einen rausch ähnlichen zustand erzeugen in dem wir also keinen schmerz mehr spüren wo auch jetzt essen nicht mehr so wichtig ist wo wir einfach in so einem dieses sogenannte runner's high wenn also jetzt jemand langstrecke läuft kann es eben sein dass in so ein sogenanntes runner's high kommt das ist dem den endorphinen geschuldet die ausgeschüttet werden wenn wir uns körperlich bewegen wenn wir sport treiben genau und dann können wir ewig weiterlaufen weil wir sozusagen auf dieser körpereigenen droge unterwegs sind in der hunger uns nicht mehr stört in der uns nichts mehr wehtut und einfach positiv gestimmt sind und motiviert sind auch dann mit dem sport weiterzumachen wie gesagt wird nicht nur im sport ausgeschüttet aber das ist zum beispiel eine gesunde variante wie wir an diese endorphine an diese glückssubstanzen rankommen wäre dass wir sport treiben ganz einfach ich habe schon gesagt auf das serotonin möchte ich noch mal genauer eingehen weil so das haupt als das haupt glückshormon oftmals bezeichnet wird serotonin ist aber nicht nur ein glückshormon sondern es ist an ganz vielen abläufen im körper mit beteiligt seinen namen hat es eigentlich davon dass es den tonus der blutgefäße reguliert also es hat auch was mit einem mit dem blutdruck zu tun sero es steht für die flüssigkeit und tonus eben für die spannung die diese flüssigkeits transportierenden gefäße haben also unsere blutgefäße die werden der tonus die spannkraft dieser blutgefäß wände wird mit reguliert von serotonin das heißt ein serotonin mangel kann also eben auch unseren blutdruck durch das beeinflussen serotonin beeinflusst auch unseren magen darm trakt wenn serotonin fehlt kann es eben auch sein dass sich verdauungsstörungen daraus ergeben spannend ist dass das so ein bisschen eine wechselbeziehung ist weil die gesundheit unseres magen darm trakt tatsächlich ganz viel mit dem serotonin zu tun hat da komme ich gleich noch drauf serotonin ist mitverantwortlich dafür dass signale im zentralen nervensystem weitergeleitet werden können das hat einerseits was zu tun mit unseren neuronalen funktionen also tatsächlich auch wieder mit der bewegung andererseits eben natürlich auch mit der stimmung mit der verarbeitung von emotionen mit der verarbeitung von reizen auch mit der verarbeitung von stress grundsätzlich ist es so dass serotonin eigentlich unser gute laune hormon ist und dafür verantwortlich ist dass wir überhaupt gute laune haben fehlt serotonin dann entwickeln wir depressive zustände das aber nicht alleine sondern serotonin wird auch umgewandelt wenn der lichteinfluss sich verändert wird serotonin umgewandelt in melatonin in unser schlaf hormon das heißt serotonin ist eben mit beteiligt an unserem schlaf wach rhythmus wir haben ja als haupt taktgeber eigentlich für den tag haben wir das cortisol als haupt stresshormon und als botenstoff der ausgeschüttet wird damit wir wach sind und der dann über den tag hinweg abgebaut wird damit wir in der regeneration gehen können abends aber serotonin ist eben da ganz essentiell mit beteiligt an unserem schlaf wach verhalten serotonin beeinflusst auch unser schmerz empfinden wenn es fehlt dann ist die das schmerz empfinden deutlich heraufgesetzt serotonin hat auch ganz viel zu tun mit unserem sexualverhalten auch libido störungen können aufgrund von dem serotonin mangel entstehen die können auch aufgrund von vielen anderen hormon des balancen entstehen aber serotonin kann eben eine sein und serotonin ist so ein bisschen das element was insgesamt unseren neurotransmitter haushalt in balance im gleichgewicht hält also ein ganz ganz wichtiger stoff den wir ja regelmäßig produzieren müssen sonst klappt es nicht mit der guten laune und der happiness jetzt brauchen wir um serotonin produzieren zu können bestimmte ausgangssubstanzen und eine davon die ganz essentielle ausgangssubstanz ist die aminosäure l tryptophan l tryptophan ist einerseits ein ganz wichtiger baustein für serotonin und andererseits ist l tryptophan das was wir benötigen um serotonin schließlich in melatonin also unser schlafhormon umwandeln zu können damit ist l tryptophan eine ganz wichtige grundsubstanz dafür dass wir eine positive grundstimmung haben dafür dass unser gedächtnis gut funktioniert das heißt wir haben hier eine unmittelbare in unmittelbaren zusammenhang eigentlich dieser substanz mit unserer mentalen gesundheit mit unserer guten laune wir kriegen l tryptophan als aminosäure aus beispielsweise cashewnüssen die haben so den rekordgehalt würde ich sagen an l tryptophan aber auch bestimmte hülsenfrüchte oder hühnerfleisch oder käse oder andere kerne wie beispielsweise kürbiskerne enthalten die aminosäure l tryptophan wir brauchen um l tryptophan umwandeln zu können bestimmte vitalstoffe einige b-vitamine sind da benötigt auch einige spurenelemente sind benötigt damit das l tryptophan aktiviert werden kann in ein 5-hydroxytryptophan und dieses 5-hydroxytryptophan ist die unmittelbare vorstufe für unser glückshormon serotonin jetzt würde man ja sagen ist ja in der ernährung drin wir kommen ja an alles ran ja wenn aber jetzt eben bestimmte mikronährstoffe nicht ausreichend vorhanden sind klappt einmal diese umwandlung nicht gut und das andere problem was wir mit l tryptophan gerne haben ist dass ich vorhin schon mal gesagt habe es gibt eine wechselwirkung zwischen dem magen-darm-trakt und dem serotonin einerseits ist es so dass das serotonin auch unseren magen-darm-trakt beeinflusst und wenn nicht genügend serotonin da ist dann funktioniert die verdauung vielleicht nicht ganz gut andererseits ist es eben so dass unsere verdauung auch ganz viel zu tun hat damit ob wir ausreichend l tryptophan aufnehmen können es gibt nämlich bestimmte enzymstörungen die fruktosemalabsorption ist da ganz vorne zu nennen die dafür sorgen dass wir l tryptophan nicht mehr gut aufnehmen können also bei einer fruktosemalabsorption ist es so dass die fruktose der fruchtzucker nicht mehr in ausreichender menge durch die darmschleimhaut hindurch aufgenommen werden kann das liegt darin dass in der darmschleimhaut ein bestimmtes transportprotein des gut 5 proteinen nicht mehr auf nicht mehr gebildet wird und wenn dieses transport taxi fehlt dann kann die fruktose nicht durch die schleimhaut durch passieren weil eben die nicht von selber dieser fruchtzucker nicht von selbst alleine als molekül durchschlupft wie das jetzt zum beispiel bei dem normalen zucker der fall ist der sacharose der fall ist sondern fruktose braucht dieses transport taxi um durch die schleimhaut durch transportiert werden zu können also es kann eben sein dass dieses transport taxi nicht ausreichend produziert wird und dann bleibt die fruktose im darmlumen drin wird also nicht aufgenommen kommt nicht in unseren kreislauf wenn sie da in dem in dem darmschlauch drin bleibt dann ist es einerseits bei manchen menschen so und das ist aber gar nicht bei allen der fall dass das bestimmte bakterien anfüttert und die dann blähungen bekommen manche bekommen auch durchfälle darauf dass man also wirklich vom magendarmtrakt her merkt oh da stimmt was nicht da gibt es irgendwie eine fehlverdauungsleistung bei manchen merkt man es aber gar nicht an der verdauung manche darme sind da tatsächlich relativ stabil und reagieren jetzt gar nicht unbedingt übermäßig mit blähungen oder durchfällen aber die fruktose ist ein sehr sehr bindungsfreudiges molekül das möchte sich gerne an etwas festhalten und wenn sie jetzt dieses transport taxi nicht finden um sich irgendwo festzuhalten sucht sie sich einen anderen partner und da ist es eben so dass sie L-Tryptophan wirklich liebt in dem moment wo L-Tryptophan vorhanden ist und fruktose vorhanden ist gehen die beiden zusammen eine Verbindung ein und dann ist die fruktose wieder glücklich weil sie gebunden wurde aber wir sind weniger glücklich weil uns das L-Tryptophan dann tatsächlich verloren geht wenn es an diese fruktose gebunden ist können wir es nicht mehr aufnehmen über die schleimhaut und dann geht es mit dem Stuhl in die Toilette und damit für uns verloren und deshalb kann es eben sein dass man aufgrund von so einer fruktose Malabsorption dazu neigt depressive Verstimmungen zu entwickeln Konzentrationsstörungen zu entwickeln oder vielleicht auch Schlafstörungen zu entwickeln also das heißt unsere Darmgesundheit ist durchaus mit abhängig von Serotonin aber sie ist auch mit dafür verantwortlich dass ausreichend L-Tryptophan zur Verfügung gestellt wird jetzt wenn wir das Problem haben dass wir vielleicht mit unserem Darm kleine Probleme haben die wir erstmal beheben müssen dann gibt es natürlich die Möglichkeit erstmal eine Darmkur zu machen Entzündungen zu beruhigen die Gigat zu therapieren damit die Schleimhaut wieder gesund ist dann produziert sie dieses Glut5 Protein wieder und dann wird auch die Fruktose wieder besser vertragen aber es ist auch gut zu wissen dass wir dieses L-Tryptophan dann einfach zusätzlich zur Verfügung stellen können am besten als 5-HTP weil das nicht so diese Bindung eingeht mit der Fruktose um einfach schon mal diese Symptomatik abmildern zu können da gibt es jetzt bei Evolution zum Beispiel das Produkt Grifonia 5-HTP-Komplex-Kapseln da haben wir das 5-HTP schon als tatsächlich aufgeschlossenes 5-Hydroxy-Tryptophan aus der afrikanischen Schwarzbohnen ist also aus natürlicher Herkunft wird sehr sehr gut auch aufgenommen und das wird hier kombiniert nochmal mit der Aminosäure L-Tryptophan die ja dann auch wieder vom Körper zu 5-HTP umgewandelt werden kann und zusätzlich kommen L-Tyrosin und L-Phenyl-Analinen L-Tyrosin ist eine ganz wichtige Aminosäure ebenfalls als Ausgangssubstanz für ganz viele Neurotransmitter auch als Ausgangssubstanz für unsere Schilddrüsenhormone macht ein Hallo-Wach, macht einen aktiven Stoffwechsel und das L-Phenyl-Analinen gehört da auch hinein in diese Gruppe die eben als Ausgangssubstanz für bestimmte Neurotransmitter gebraucht wird und den Stoffwechsel mit aktiviert diese drei in Kombination mit dem natürlichen 5-HTP können sehr sehr gut verwertet werden und können eben helfen, so einen L-Tryptophan-Mangel auszugleichen und damit eben die Laune deutlich verbessern wir haben noch die B-Vitamine drin, die wir brauchen für die Umwandlung die wir auch brauchen für die Produktion von Serotonin und haben damit eben eine schöne Komposition die uns hilft, den Serotonin-Spiegel auf natürliche Weise im Gleichgewicht zu halten gleichzeitig ist es so, dass das L-Tryptophan bzw. das 5-HTP gemeinsam mit dem L-Tyrosin auch ganz viel zu tun haben mit unserem Appetitgefühl, mit unserem Sättigungsgefühl das sind nämlich diejenigen Komponenten, die uns helfen so Heißhungerattacken, insbesondere auf Süß das sogenannte Craving ich sage jetzt muss immer alles Neudeutsch sein ein bisschen zu reduzieren das heißt auch wenn man sagt, es ist jetzt Frühjahrszeit und ich möchte ganz gern meinen Winterspeck wieder loswerden und möchte mich gesünder ernähren, möchte mich bewegen dann kann ich mir mit so einem Komplex auch helfen meine Ziele umzusetzen, weil es eben diese Heißhungerattacken reduzieren hilft außerdem machen die eben ausgeglichen und gelassen wenn ausreichend 5-HTP da ist und L-Tryptophan da ist dann wird auch eben abends Serotonin gut in Melatonin umgewandelt das heißt, es hilft auch sehr den Schlaf zu fördern den gesunden Schlaf zu fördern und den gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus zu fördern wir haben noch andere Komponenten pflanzliche Komponenten, die uns helfen unsere emotionale Gesundheit zu erhalten also natürlich ist Serotonin und L-Tryptophan und 5-HTP nicht alles, was wir tun können für unsere Gesundheit sondern es gibt auch bestimmte pflanzliche Substanzen die uns einfach helfen ausgeglichener zu sein die uns helfen mit Stress besser umzugehen die uns helfen so mit den Unebenheiten die das menschliche Leben, das menschliche Dasein so mit sich bringt, einfach besser klar zu kommen eins davon ist Ashwagandha, die Schlafbeere Schlafbeere sagt uns schon, dass sie sehr gut für den Schlaf ist dass sie den Schlaf fördert und zwar ganzheitlich fördert und das ist ein ganz essentieller Punkt auch wenn es um mentale Gesundheit geht dass wir gut schlafen können, dass wir durchschlafen können dass wir Tiefschlafphasen haben weil wir wissen, dass wir über den Schlaf, über die REM-Phasen über das Traumerleben ganz viel seelische Verarbeitung leisten also das heißt, wenn der Schlaf nicht regenerativ ist dann sind wir natürlich einerseits körperlich erschöpfter wenn wir aufstehen und haben die Kraft für unseren Alltag vielleicht nicht zur Verfügung was vom Empfinden her schon mal schlecht ist aber tatsächlich ist es auch so dass unser emotionales Erleben nicht ausreichend verarbeitet werden kann und dann sich natürlich psychische Themen aufsummieren und der Umgang damit immer schlechter wird deswegen ist ausreichend Schlaf und ein guter Schlaf ein regenerativer Schlaf essentiell auch mit dafür verantwortlich dass wir gesund sind, dass wir happy sind Ashwagandha ist da eben eine von vielen Komponenten die uns unterstützen kann weil die Schlafbeere, der Schlafdorn uns eben den regenerativen Schlaf schenkt den wir brauchen, um zu verarbeiten gleichzeitig ist Ashwagandha ein ganz wichtiges Adaptogen auch was in der ayurvedischen Medizin zum Beispiel schon ganz lange eingesetzt wird bei nervösen, depressiven Zuständen bei Angstzuständen um hormonell auszugleichen um die Gedächtnisleistung zu verbessern um konzentriert zu sein um Demenzen vorzubeugen also es ist nicht nur ein Schlafmittel sondern tatsächlich eine Pflanze die ganz viel mit unserer mit einem ganzheitlichen Aspekt unserer mentalen Gesundheit zu tun hat man gibt Ashwagandha auch in der Rekonvaleszenz also wenn wir auszehrende Erkrankungen hatten oder müde sind nach einer viralen Erkrankung zum Beispiel wenn sich so Erschöpfungssyndrome einstellen dann kann man versuchen ist Ashwagandha eine von vielen Möglichkeiten die man probieren kann um diese Fatigue-Syndrome die nach manchen viralen Erkrankungen entstehen wieder loszuwerden EBV also das pfeiferische Drüsenfieber ist da eine die so Fatigue-Syndrome macht Covid gehört auch dazu zu diesen Krankheiten die Fatigue-Syndrome machen insgesamt einfach wenn wir eine Krankheit haben die uns so richtig geschlaucht richtig ausgezerrt hat und wir haben vielleicht eine gute Resonanz jetzt zu dem Ashwagandha dann kann man da einfach mal einen Versuch machen ob das hilft aus dieser Entkräftigung wieder rauszukommen es wirkt allgemein verjüngend insbesondere geistig verjüngend sagt man im Ayurvedischen es hilft auch gegen bestimmte Gelenkbeschwerden und es stärkt unser Immunsystem wirkt angeblich sogar krebsfeindlich und virenfeindlich ist also durchaus eine Pflanze die uns ganzheitlich auch zur Seite stehen kann eine andere Pflanze die in der chinesischen Medizin sehr sehr viel verwendet wird ist das Spaltkörbchen das Shisandra was wir hier jetzt bei Evolution auch als Kräutertinktur haben eine ganz wichtige Pflanze wenn es um die Leber geht und um die Leber um das Lebergewebe und wir wissen in der Naturheilkunde dass die Leber ganz viel zu tun hat mit unserer mentalen Gesundheit also wir kennen das Wort Lebererschöpfungsdepression wenn also die Leber völlig überlastet ist als Entgiftungsorgan und sich in ihrer Funktion erschöpft dann macht das was mit der Laune dann kann das tatsächlich zu Erschöpfungszuständen zu depressiven Zuständen führen die Leber ist ja kein Schmerzorgan sondern sie meldet sich indem sie uns nachts wach hält und tagsüber müde macht das ist im Prinzip die Müdigkeit sagt man ist der Schmerz der Leber Shisandra hat nun die tollen Eigenschaften dass es einerseits auf das Leberparenchyma also auf die Leberzellen in einer Art und Weise wirkt dass die anflutende Gifte nicht mehr so in sich selber aufnehmen die können also gut durchgeschleust werden und schädigen die Leberzelle weniger so dass die Leberzelle produktiver bleiben kann andererseits wirkt Shisandra eben anregend auf die Leberentgiftung so dass diese Entgiftungsfunktion der Leber aktiviert wird und wir wirklich den Dreck den wir mit der Umwelt einfach so heutzutage aufnehmen wo wir gar nicht so richtig drum rum kommen oder bestimmte Medikamente die entgiftet werden müssen weil wir vielleicht in einer Operation gewesen sind und Narkosemedikamente bekommen haben oder weil vielleicht mal Schmerzmittel notwendig geworden sind da hilft uns eben die Leber diese Dinge abzubauen und Shisandra ist da eine Pflanze eine pflanzliche Komponente die diese Enzymleistung der Leber aktiviert und steigert das macht schon mal was mit unserer Laune auch mit unserer mentalen Gesundheit weil eben wir nicht in diese Erschöpfungsdepression hineinrutschen wenn die Leber gut arbeitet beziehungsweise wenn wir in so einer sogenannten Lebererschöpfungsdepression drin sind hilft uns Shisandra da vielleicht raus wenn es gut zu uns passt andererseits ist Shisandra auch eine auch wieder ein Stressadaptogen kann man so sagen was unglaublich gelassen macht Shisandra gehört zu den Adaptogenen die so von innen raus rhythmisieren die jetzt nicht eine Tigerwurzel oder ein Ginseng zum Beispiel die pushen uns richtig und wenn wir jetzt dann legen wir los und dann gehen wir das Projekt richtig an und dann haben wir richtig Gas ein sozusagen und Shisandra ist was was unglaublich Kraft gibt was aber gleichzeitig hilft dass der Stress dass die Außeneinflüsse nicht so nah an einen Rand kommen ich habe das erlebt in einem Kurs wo wir auch über die Leber gesprochen haben und wo dann die Teilnehmer auch Dinge ausprobiert haben und einige haben dann Shisandra eingenommen und die waren beim nächsten Mal nicht ausgewechselt weil die total gechillt waren also so einen gechillten Zustand so wie das heute neudeutsch heißt wenn man erreichen möchte dann ist Shisandra offensichtlich eine sehr sehr gute Begleitung die da Ruhe reinbringt in der TCM verwendet man Shisandra zum Ausgleich der fünf Elemente das heißt das ist ein Signal dafür dass man in seine Balance kommen kann mit der Hilfe von Shisandra und Shisandra wird auch als Aphrodisierkump für beide Geschlechter eingesetzt was für mich ehrlich gesagt logisch ist weil wenn wir vom Stress und von der Depression gebeutelt sind dann ist nichts los mit der Libido und wenn wir da wieder in unseren inneren Flow kommen wieder in unsere Mitte kommen und uns nicht so sehr vom Stress von außen beeinflussen lassen dann ist einfach das Thema Sexualität vielleicht auch wieder eher präsent als wenn wir eigentlich gerade mit dem Überleben beschäftigt sind auch Shisandra hilft den Schlaf zu verbessern was eigentlich auch logisch ist als Leberkomponente eben weil Leberstörungen immer auch oder meistens auch Schlafstörungen machen das heißt wenn wir die Leber entlasten können und die Leber unterstützen können dann ist der Schlaf einfach deutlich auch verbessert weil Shisandra so eine gute Entgiftungskomponente ist und auch eben für Erschöpfung und Schlafstörungen alles eingesetzt wird gibt man es auch begleitend in der Krebstherapie auch begleitend zur konventionellen Therapie also einfach damit man Chemo und Bestrahlung besser übersteht das ist ja auch ein großer Stress dem der Körper da ausgesetzt wird und Shisandra hilft einfach diese Stresssituationen körperlich und seelisch besser zu verarbeiten haben wir wie gesagt als Kräutertinktur bei Evolution um sie tropfenweise anzuwenden jetzt habe ich noch ein paar Tee Pflanzen mitgebracht die ich noch vorstellen möchte es gibt natürlich unzählige mehr und ich finde es aber so interessant weil viele der Pflanzen immer nur unter einem bestimmten Aspekt bekannt sind der Spitzwegerich zum Beispiel also wenn er überhaupt noch irgendjemandem bekannt ist dann ist der Spitzwegerich vor allen Dingen dafür bekannt dass man ihn bei Erkältungskrankheiten einsetzen kann und das stimmt auch das kann man auch Spitzwegerich ist eine tolle Pflanze für Erkältungszustände das ist so der Feuerlöscher für die gereizten Schleimhäute das heißt dann wenn wir das Gefühl haben es brennt alles und der Hals tut weh und ist rot oder die Nase wird immer röter und brennt immer mehr wenn wir Schleimhäute beruhigen wollen wenn wir das Gefühl haben wir brauchen da was was irgendwie wie so ein Feuerlöscher diesen Entzündungsprozess ruhig stellt dann ist der Spitzwegerich die richtige Pflanze das gilt übrigens nicht nur für den Atemtrakt sondern Feuerlöscherpflanze für die gereizten Schleimhäute gilt überall da wo wir Schleimhäute haben das heißt das kann auch mal bei einer Blasenentzündung hilfreich sein das kann auch hilfreich sein wenn an der Darmschleimhaut hilfreiche Prozesse sind entzündliche Prozesse sind aber diese kühlende Wirkung die hat Spitzwegerich eben nicht nur auf die gereizte Schleimhaut sondern auch auf das gereizte Gemüt also Menschen die so ganz reizbar sind die so ganz hitzig sind wenn man denen den Spitzwegerich gibt dann kommen die ein bisschen mehr zu sich Spitzwegerich hat ja auch so eine klare Geste so eine zentrierende Geste möchte ich fast sagen man sagt das kann Transformationsprozesse und Bewusstseinsprozesse unterstützen und fördern weil es eine geistige Klarheit macht Spitzwegerich macht aber oftmals auch in sich gekehrt der Satz den Spitzwegerich vermittelt ist ich bin und damit bin ich zufrieden mit allem ja da ist man in so einem Zustand von von ja von Mitte von Mitte und Aufrichtung das kann oftmals das ist jetzt nicht unbedingt so ein Zustand wie beim Gänseblümchen auf das kommen wir gleich wo man so ganz in Austausch mit anderen gehen mag sondern da ist man mehr so bei sich aber das ist ein sehr kraftvoller Zustand der eben hilft auch sich selber zu zentrieren in die Balance zu kommen in die eigene Mitte zu kommen und damit die mentale Gesundheit zu fördern in alter Zeit ist der Spitzwegerich als Universalmittel für alles mögliche bekannt gewesen bei Blut- und Kraftverlust hat man Spitzwegerich gegeben natürlich auch bei Erkältungskrankheiten aber schützt auch vor dem Übel das über das Land hinfährt das Übel das über das Land hinfährt ist in der alten Sprache die Pest also er hat eine eine Kraft gegen Infektionskrankheiten wir wissen heute ja auch Spitzwegerich ist eine Aukubinpflanze Aukubin ist eine Pflanzenkomponente die eben sehr stark antimikrobiell und antiviral wirkt ist also gar nicht so verkehrt dass man denen tatsächlich zu den Pestkräutern auch gezählt hat und die heilige Hildegard hat noch den Tipp gegeben dass Spitzwegerich hilft wenn einem Liebe angehext worden ist gegen angezauberte Liebe die hat man mit Spitzwegerich abgereinigt was ja wieder passt zu dieser Idee er bringt einen zentriert in seine Mitte in dieses Ich Bin und dann kann ich tatsächlich vielleicht auch besser differenzieren was wurde mir vielleicht von außen angehext und was ist wirklich ganz meins ja ich habe das Gänseblümchen schon angedeutet wer kann das Gänseblümchen angucken ohne gute Laune zu haben das geht eigentlich nicht glaube ich das ist ja so ein Frühlingsverkünder und hat was mit ganz viel guter Laune zu tun wir alle verknüpfen das Gänseblümchen irgendwie mit Kindheitserinnerungen dass wir entweder kleine Kränze gebunden haben oder Ketten die wir uns umgehängt haben Krönchen die wir aufgesetzt haben aus Gänseblümchen schnüren oder dieses berühmte Spiel Erliebt mich Erliebt mich nicht wo man an diesen Zungenblättchen gezogen hat also es gibt ganz viele Kinder Spiele Kinderreime die mit dem Gänseblümchen in Verbindung stehen gibt dem die Aussage im Englischen dass man sagt wenn du mit einem Fuß auf neun Gänseblümchen treten kannst dann ist Frühling also ist Gänseblümchen die Pflanze die uns oder eine der Pflanzen die uns sagt jetzt ist die sonnige Zeit wieder da jetzt geht das Leben wieder los der Winter ist überstanden jetzt kommt wieder Blühen und Sonne und Grün in unsere Welt und das Gänseblümchen bleibt aber nicht nur im Frühling sondern es begleitet uns eigentlich die ganze helle Jahreszeit bis in den Herbst hinein wächst es wieder immer wieder und blüht es immer wieder und Gänseblümchen ist auch so eine Pflanze die so immer wieder aufsteht das ist ja unkaputtbar eigentlich das Gänseblümchen wenn man das abmäht dann blüht es einfach nach kurzer Zeit sofort wieder auf und macht eine neue Blüte einfach ein bisschen tiefer der Stängel wird vielleicht ein bisschen kürzer aber es gibt nicht auf es macht immer die Blüte wieder auf wenn es regnet wenn ein Gewitter kommt macht es die Blüte wieder zu es schont sich es ruht sich aus es legt sich schlafen es tut es auch nachts und wenn die Sonne wieder aufgeht dann macht es die Blüte auch wieder auf und reckt sie wieder als Korbblütler immer in Richtung Sonnenlicht und es behält dabei seine Zartheit es gibt ja Pflanzen die wenn man sie immer wieder abschneidet oder wenn sie immer wieder Stress ausgesetzt werden dann verholzen die und werden halt stärker das macht das Gänseblümchen nicht es behält seine kindliche Zartheit und macht einfach dieses ich bin einfach ich neige mein Köpfchen trotzdem immer noch in die Sonne ihr könnt mit mir machen was ihr wollt ihr könnt auf mir rumtrampeln ihr könnt mich abmähen ich komme wieder und ich strahle euch wieder an und ich freue mich wieder über das Sonnenlicht das ist das was das Gänseblümchen uns vermittelt und wenn man mal so als Kräutergruppe um so Gänseblümchen herumsteht dann ist da immer Lust zu scherzen und zu albern und zum fröhlich sein und es ist gar nicht so einfach dann da konzentriert und ernst zu bleiben weil das Gänseblümchen eben so diese ganzen Kindheitserinnerungen hochholt als Heilpflanze ist das Gänseblümchen eine ganz wichtige Traumapflanze sowohl was körperliche Traumata angeht als auch was seelische Traumata angeht das ist ganz ähnlich verwendet eigentlich wie man es vom Arnika zum Beispiel auch kennt bei Zerschlagenheit bei Muskelschmerzen bei blauen Flecken kann man mit Gänseblümchen zum Beispiel arbeiten zur Wundheilung das Gänseblümchen wird auch als das Arnika die Gebärmutter bezeichnet das heißt wenn Gebärmutter Operationen sind oder schwierige Geburten Kaiserschnitte dann nimmt man das Gänseblümchen in der Naturheilkunde einfach zur Stärkung des weiblichen Organs aber auch auf seelischer Ebene wenn Traumata aus der Kindheit weit zurückliegen so Macht- und Ohnmachtsthemen bis hin zu Missbrauchsthemen ist das Gänseblümchen die Pflanze die wir einsetzen um dieses innere Kind wieder zu heilen um diese diese fröhliche Ganzheit wieder herzustellen auch auf seelischer Ebene es hat ganz viele es gibt ganz viele Legenden um das Gänseblümchen es hat ganz viele Bezüge in der alten Zeit es gibt einmal die Bezeichnung Baldurs Auge der Baldur ist der Sonnengott und der zu Fröhlichkeit einlädt und über die Menschen sich gefreut haben das heißt da ist es ganz hoch angesehen gewesen in anderen Bereichen ist das Gänseblümchen in alter Zeit der Göttin Freya oder Ostara geweiht also die Göttin der Fruchtbarkeit der Weiblichkeit der Innenbegriff eigentlich von Natur von Menschsein oder die Göttin des Frühlings was ja dann der Oster dem Osterglauben sozusagen vorausgeht im christlichen verknüpft man das Gänseblümchen ganz eng mit der Maria mit den Marienerscheinungen weil es eben so es hat so diese kindliche Reinheit das ist der Innenbegriff von Unschuld eigentlich und man sagt zum Beispiel das Gänseblümchen sei aus einer Träne Mariens entstanden also da wo die Träne hingefallen ist von der Heiligen Maria da ist das Gänseblümchen gewachsen es gibt unzählige Geschichten um das Gänseblümchen ganz alte Geschichten um das Gänseblümchen aus jeder Zeit eigentlich was zeigt dass es den Menschen immer schon begleitet hat und dass es für den Menschen immer schon eine wichtige Pflanze auch gewesen ist Thymian ist auch so ein Teekraut was unserer mentalen Gesundheit sehr zuträglich sein kann wieder jetzt ganz anders als die beiden Pflanzen die wir schon gehört haben Spitzwigerich haben wir gesagt kühlt das Gänseblümchen hat diese Unschuld und dieses immer wieder Aufstehen in sich und dieses immer wieder Strahlen wollen in sich Thymian das ist jetzt ein Lippenblütler der was damit zu tun hat dass wir die Wärme verloren haben Thymian ist was was ganz verdichtet in seinem Wachstum was ganz viel mit Hitze und Wärmeprozessen zu tun hat Thymian macht Mut sagt man er heißt ja auch nicht umsonst so ähnlich wie die Thymusdrüse also da geht es um die Stärkung des Ichs um die Stärkung unserer unseres unseres Mutes unserer Kraft auch die Thymusdrüse hat auch was zu tun mit der Abwehr sowohl seelischer Natur als auch körperlicher Natur Thymian ist eben was was mit Wärmeprozessen zu tun hat das heißt er durchwärmt als Lippenblütler der ist eine Pflanze die sich ganz in die Sonne stellt das Sonnenlicht richtig zentriert richtig aufnimmt und dann macht er ganz kleine Blütchen und er macht ganz kleine Nadelblätterchen also keine ausladenden Blätter die jetzt viel Verdunstung machen sondern Thymian macht eben ganz kleine damit nicht viel Verdunstung passiert damit er wirklich auch da stehen kann wo die Sonne so richtig hinknallt und wo er die Wärme so richtig sozusagen in sich aufnehmen kann wenn wir also Erkältungsprozesse haben Erkältungskrankheiten haben die aufgrund von großer Kälte entstanden sind und wir das Gefühl haben wir frieren die ganze Zeit dann wäre Thymian die richtige Pflanze aber auch wenn Menschen auf seelischer Ebene so ein bisschen die Wärme verloren haben und wir das Gefühl haben ich möchte da wieder Wärme reinbringen Menschen die die Wärme auf seelischer Ebene verloren haben das sind Menschen die zu Depressionen neigen die sich isolieren die aus diesem sozialen Gefüge herausfallen oftmals auch aus einer Angst heraus aus der Angst vor Ablehnung Thymian macht Mut das ist das was uns was auch in alter Zeit schon wurden Thymian Zweige oder wilder Thymian die sind ja sehr eng miteinander verwandt der Quendel und der Thymian die wurden als Talisman in die Hosentasche gesteckt oder in die in die Kleidung gesteckt damit man eben der Liebsten seinen seine Gefühle gestehen kann damit man vielleicht mit einem Handelspartner verhandeln kann und genügend geistige Kraft hat genügend Mut hat um nach vorn zu schreiten und seine Bedürfnisse tatsächlich auch durchzusetzen oder anzubringen es gibt einen Bezug zur Fruchtbarkeitsgöttin Demeter mit Thymian ist sehr sehr viel geräuchert worden einerseits zur Reinigung andererseits zur Anregung auch die Fruchtbarkeitsgöttin Demeter steht mit den Sommerkräften in Verbindung mit den Wachstumskräften die ist dafür verantwortlich dass wir eine reiche Ernte am Ende des Jahres einfahren können also das heißt das ist auch wieder ein Hinweis darauf dass das eine Pflanze ist die in uns diese Sonnenkräfte diese Wärmekräfte hineinbringt in uns vermittelt sozusagen wir kennen Thymian heute vor allen Dingen als Hustenkraut und haben dass es gar nicht mehr so im Blick dass es so ein Zauberkraut ist das eben auch für unsere mentale Gesundheit ganz ganz viele Dinge tun kann Thymian ist ein Lippenblütler die Lippenblütler sind dem Menschen sehr sehr zugewandt es gibt keine einzige giftige Substanz unter den Lippenblütlern also wenn Lippenblütler dabei sind können sie eigentlich immer davon ausgehen dass es irgendwie gut für den Menschen Lippenblütler enthalten in aller Regel sehr viele ätherische Öle und diese ätherischen Öle die sind eigentlich alle antimikrobiell pilzfeindlich virenfeindlich in den unterschiedlichsten Ausprägungen und das am stärksten antimikrobielle ätherische Öl das entwickelt der Thymian 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 Thymol ist die Komponente die man eben einsetzt zur Reinigung zur Klärung gegen Viren gegen Mikroben zur Desinfektion von Oberflächen zum Beispiel also ein sehr sehr wehrhaftes Öl man wird es gar nicht glauben dass so viel Abwehrfähigkeit in dieser kleinen winzi winzi Pflanze drinsteckt und in diesem kleinen mini Blütchen das ist ja alles so klein an diesem Thymian und doch ist ein so so starkes Kraut das auch für uns so so viel Kraft vermitteln kann die Rose heute kaum noch als Heilkraut benutzt ist eigentlich nur noch so ein Deko-Ding für den für den Garten ähm duftet gut wenn man die richtige Sorte gewählt hat ähm bei dem Bild zum Beispiel ist es schade dass es keine Geruchsbilder gibt weil es eine Duftrose ist die wirklich wahnsinnig toll duftet ähm in alter Zeit hat die Rose ein ganz ganz hohes Ansehen auch in der Medizin gehabt sie ist ja die Königin der Blumen man hat die Rose eigentlich in fast alle zusammengesetzten Rezepte mit hineingegeben ähm ob das jetzt Aquabite waren also Lebenswässer die uns gesund halten sollten oder der Theriag den man Fürsten und Königen gereicht hat damit sie gesund bleiben und stark bleiben ähm oder eben andere Rezepturen wo man ähm verschiedene Komponenten zusammengesetzt hat man hat gerne die Rose dazugegeben bei so Kompositionen weil die Rose einerseits als universeller Wirkverstärker gegolten hat und andererseits ist es eben die Rose ist dasjenige Mittel was harmonisiert sie harmonisiert die Rezepte und gleicht sozusagen alle Unebenheiten die in so einem Rezept vielleicht noch drin geblieben sind aus und ja reguliert das Rezept sozusagen so dass es zum idealen Wirkungsgrad kommen kann deswegen ist die Rose in allen alchemistischen Rezepturen eine ganz ganz wichtige Komponente eigentlich gewesen die hat auf die Psyche eine ganz ganz große Wirkung also universell kann man eigentlich sagen weil sie ganz stark ausgleichend auf das Seelenleben wirkt Rosenduft ist etwas was nur ganz wenige Menschen nicht mögen man muss immer nachfragen wenn jemand Rosenduft ablehnt ob er wirklich den Ursprünglichen Duft der Rose ablehnt oder das was wir heute mit Rose verknüpfen sind oft so parfümölige Nachbauten die versuchen an diesen natürlichen Duft ranzukommen und das steht natürlich vielen auf weil das schnell mal so was parfümig seifiges bekommt und das mag natürlich nicht jeder das mögen eigentlich die wenigsten aber der originale Duft einer Rose ist ein Geruch den wirklich die allerwenigsten Menschen ablehnen also die allermeisten Menschen riechen an so einer Duftrose und sagen was ist das für ein toller Geruch das ist was was uns auf ganz inniger Ebene anspricht dieser Geruch man sagt von der Rose oder von dem Rosenduft er macht eine liebevoll Umarmung dann wenn wir sie am nötigsten brauchen die Rose hat in ihrem Charakter so was ganz einhüllendes was schützendes was umarmendes und harmonisiert und gleicht uns einfach aus sie bringt uns schlagartig in so einen harmonischen Zustand von das macht das Leben einfach gleich leichter wenn einen so eine Rose umarmt dann kann gar nichts mehr so fürchterlich dunkel sein wie man es vorher gerade noch gesehen hat und deswegen hat die Rose eben auch leichte antidepressive Wirkung ich würde sogar sagen sehr starke antidepressive Wirkung aber man muss ja immer auch ein bisschen bei dem bleiben was die Wissenschaft so nachweist und auch angstlösende Effekte also auch Angstzustände kann man mit der Rose unterbrechen oder lindern und reduzieren das wirkt sich auch körperlich aus die Rose wirkt blutdruck regulierend das ätherische Öl der Rose ist antimikrobiell ist pilzfeindlich ist wundheilend repitalisierend also die hat schon ganz ganz viele andere Eigenschaften aber heute geht es ja sozusagen um die happiness und um die mentale Gesundheit und da ist die Rose einfach ein ganz wichtiger Ausgleichsfaktor der in so ein Rezept in so ein Tee Rezept oder in so ein Tinkturenrezept gerne mit rein darf zur Regulierung zur Harmonisierung Die Ringelblume ist auch so ein Kraut das wir vor allen körperlich kennen Calendula wirkt balsamisch wirkt hautregenerierend wirkt wundheilend antientzündlich wir nehmen es für die Narben wir wissen sogar dass es krebsfeindlich ist und tumorwachstum hemmend wirkt Ringelblumen Creme oder Ringelblumen Salbe ist was in keinem Haushalt fehlen darf oder ein Ringelblumen Öl ein schönes was eben einfach hilft Hauterkrankungen zu lindern den Hautstoffwechsel anzuregen was hilft wenn wir Dehnungsstreifen in der Schwangerschaft vermeiden wollen was hilft wenn wir eben selbige Dehnungsstreifen behandeln wollen wenn vielleicht Gewichtsabnahme stattgefunden hat was eben hilft wenn irgendwelche Narben entweder ganz neue oder auch ganz alte Narben behandelt werden sollen und wir da so ein bisschen den Balsam drauf haben wollen die Ringelblume äußerlich angewendet ist einfach ein absolutes Geschenk an unsere Haut an unsere Schutzhülle ähm und wird in ganz ganz vielen ähm ähm verschiedenen Formen angewendet seit jeher mit ganz ganz großer Tradition und ganz ganz viel gute Erfahrung auch nach Operationen oder wenn Verletzungen abheilen sollen ja sogar bei Strahlenschäden also egal ob das jetzt ein Sonnenbrand ist oder ob das vielleicht eben Verletzungen sind die aufgrund von einer Bestrahlung im Rahmen von einer Krebserkrankung stattgefunden haben entstanden sind das sind alles Indikationen wo man die Ringelblume einsetzen kann und natürlich kann man die Ringelblume in solchen Zuständen äußerlich einsetzen aber auch von innen weil der der Hautstoffwechsel ja von innen heraus auch systemisch sozusagen unterstützt werden kann und das ist ganz oft so in der Naturheilkunde dass wir eine Substanz sowohl von außen auftragen können als auch von innen verwenden können und dass wir dann von zwei Ebenen an das Problem herangehen und dadurch einfach eine ganzheitlichere Wirkung erreichen auch nach der Geburt zum Beispiel oder zur Vorbereitung der Geburt habe ich schon gesagt die Dehnungsstreifen aber auch der Damm die Dammschnitt Prophylaxe zum Beispiel ist da ein ganz großer Anwendungsbereich von der Ringelblume und gucken wir uns die Blüte doch nochmal an das ist doch auch so ein Ding was wie eine Sonne aussieht und was einfach ganz klar gute Laune macht und tatsächlich ist es so dass die Ringelblume mit ihren Inhaltsstoffen mit den Flavonoiden die sie auch mitbringt ausgesprochen stimmungsaufhellend wirkt und ausgesprochen gute Laune macht sie bringt richtig Sonne ins Gemüt das heißt so Ringelblumen Blüten Blätter in einem Tee sind nicht einfach nur Schönungsdrogen damit der Tee hübscher ausschaut sondern das ist schon wirklich auch eine Komponente die auf unsere Laune eine sehr sehr positive Wirkung hat ja und wenn wir natürlich so einen Seelenbalsam Tee zusammenstellen wollen dann darf auf gar keinen Fall die Melisse fehlen die Melisse schmeckt erstens mal fast jedem im Tee also selbst Kinder trinken gerne Melissentee und andererseits ist die Melisse eben ich nenne sie immer gerne die Rose unter den Lippenblütlern ich habe schon gesagt die Lippenblütler sind den Menschen generell zuträglich und die Rose ist was was für den Menschen einhüllend liebevoll umarmend ist die Melisse hat eben auch diese Wirkung diese harmonisierende Wirkung diese balsamische Wirkung auf die Seele die Melisse ist ein großes Heilkraut was wir kennen als herzunterstützendes Mittel als Mittel was unsere Nerven pflegt was unseren Magen beruhigt wenn wir eine richtig böse Gastritis uns eingefangen haben so diese klassische Stress Gastritis die der Hektiker sich einfängt der von einem Meeting zum anderen fetzt und eigentlich hätte er ganz gerne so ein bisschen jemanden der über den Kopf streicht und sagt alles wird gut das was du gemacht hast heute war toll und du hast gute Arbeit geleistet das hört der aber nie der ist immer nur im Stress und immer nur im Hamsterrad und irgendwann kriegt er Magenschmerzen und eine Gastritis und für solche Menschen ist die Melisse einfach ein großartiger Ausgleich Melisse verwendet man auch bei Kindern mit drei Monats Koliken zum Beispiel ob als Öl von außen aufgetragen oder als Teechen von innen betrunken die Melisse bringt einfach Beruhigung aufs Nervensystem aufs Herz auf den Verdauungstrakt und eben auch im seelischen Bereich sogar Schilddrüsen Überfunktions Kandidaten oder Kandidatinnen lassen sich sehr sehr schön beruhigen mit der Melisse die Melisse hat was zu tun auch mit der Prinzessin auf der Erbse das klingt immer so ganz furchtbar negativ wenn man das sagt aber eigentlich ist es so dass die Prinzessin auf der Erbse jemand ist der sehr sehr fühlig ist und sehr sehr leichte sehr sehr stark auf kleine Verwerfungen reagiert der kleine Verwerfungen gut wahrnehmen kann und davon aber eben dann leider gestört wird und das ist so das Thema Hypersensitivität heutzutage auch wenn wir da Beruhigung reinbringen wollen wenn wir da ein bisschen balsamisch wirken wollen und dafür sorgen wollen mir geht es herzmäßig einfach wieder gut ich komme wieder zu mir in meine Balance in meine Mitte in meine Ruhe da hilft uns die Melisse gleichzeitig ist die Melisse als Lippenblütler wieder eine große Meisterin der Abwehr Melisse ist ganz stark antiviral in ihrer Wirkung ob das jetzt Lippenherpes ist oder ob das Herpes Zoster zum Beispiel ist also Gürtelrose da kann man mit der Melisse arbeiten sowohl innerlich als auch auf die Herpes Erfloreszenzenzen aufgetragen oder auch bei Influenza hat man im Labor nachgewiesen dass diese Influenza Viren zerstört werden können das gilt sicherlich für viele andere virale Erkrankungen auch es werden halt mit diesen Pflanzen nicht so viele Studien gemacht weil diese Studien natürlich wahnsinnig viel Geld kosten aber wir können uns das einfach schon mal merken dass die Melisse abgesehen davon dass sie uns insgesamt ausgleicht und uns auch so ein richtiger Seelen Balsam ist sehr sehr starke Wirkung auch auf virale Erkrankungen hat Die Minze wieder ein Lippenblütler den wir vor allen Dingen kennen bei Kopfschmerzen zum Beispiel das Minzöl auf die Schläfe bitte nicht ins Auge sondern wirklich nur hier ganz leicht auf die Schläfe aufgetupft großes Kopfschmerzmittel Pfefferminztee auch wieder ein großes Mittel für den nervösen Magen für den Gastritiker sie hat was schmerzländes sie wirkt krampflösend und beruhigt die gereiste Magenschleimhaut sie beruhigt insgesamt den Verdauungstrakt auch bei so Blähkohligen bei Verkrampfungen der Gallenwege kann die Minze durchaus eine starke Beruhigung bringen wenn wir zum Beispiel uns überfuttert haben weil der Weihnachtsbraten von der Mama einfach doch zu lecker gewesen ist oder der Kuchen von der Tante und dann haben wir ein Stück zu viel davon gegessen ist die Minze ein tolles erste Hilfe Mittel weil sie so neutralisierende Kräfte hat und diese neutralisierenden Kräfte helfen eben auch den Magen schneller zu entleeren und uns im Bauch wieder so ein neutrales sauberes aufgeräumtes Gefühl zu vermitteln Kopfschmerzen hatte ich schon genannt man setzt die Minze auch ein bei Reizdarm oder bei Brechreiz es ist ein schönes erste Hilfe Mittel wenn man so mit Übelkeit zu tun hat natürlich kennen wir die Melisse Durchschnaufen ganz wichtig wenn die Nase verstopft ist wenn der Hals ständig kratzt bringt die Minze mit ihrer mit diesem kühlenden Gefühl bringt sie einfach Ruhe rein dieses kühlende Gefühl ist ganz lustig weil es eigentlich paradox ist es fühlt sich kühl an wenn wir Minze irgendwo hinbekommen weil sie an diese Rezeptoren anbindet was übrigens auch eben analgetisch wirkt das heißt stark schmerzfindernd wirkt weil diese Kälterezeptoren die Schmerzrezeptoren sozusagen interagieren in Wirklichkeit ist es aber so dass die Minze durchaus durchblutend wirkt und sie wird in der traditionellen abendländischen Medizin wo wir ja mit Qualitäten arbeiten eigentlich auch ist wärmend eingestuft das finde ich immer ganz spannend aber das Gefühl das sie uns macht das ist ein kühlendes Gefühl heißt aber eben nicht dass sie tatsächlich uns kalt macht oder dass sie wirklich die Durchblutung irgendwie stören würde nein sie fördert die Durchblutung was eigentlich eine Durchwärmung verursachen würde man hat sie eingesetzt bei Herzflattern oder Wurmbefall und bei allem möglichen ist also auch eine Pflanze die eine der ältesten Heilpflanzen eigentlich die seit jeher den Menschen begleitet und es gibt ganz viele verschiedene Minzarten und allesamt wirken eben heilkräftig für die Seele ist sie eben großer Reiniger weil sie das macht sowas neutralisierend erfrischendes wenn wir mit Minze in Kontakt kommen das ist gleich so als hätten wir irgendwie so eine so ein Reinigungsprozess durchlaufen und dann ist der Stress den der Alltag so mitgebracht hat einfach erst mal abgewaschen ganz abgesehen davon dass sie natürlich eben auch auf den gereizten Magen hilft was ja oftmals ein Symptom ist das mit seelischen Themen in Verbindung kommt dass unser Verdauungstrakt reagiert und da wirkt die Minze eben auch sehr sehr schön beruhigend und neutralisierend noch eine Pflanze die vor allen Dingen für den Verdauungstrakt ganz wichtig ist ist die Malve als Saponinpflanze eine ganz wichtige Schleimhautdroge die eben auch den Magen beruhigt wenn wir uns zu sehr aufgeregt haben wenn wir aufgrund seelischer Verwerfungen in so ein Verdauungsproblem hineinrutschen oder vielleicht auch eine Gastritis entwickeln dann ist die Malve eine Pflanze die Beruhigung reinbringt sie beruhigt aber eben nicht nur den Magen-Darm-Trakt und Entzündungen im Magen-Darm-Trakt oder auch an anderen Schleimhautorganen das ist eine Saponinpflanze die einfach insgesamt Schleimhäute pflegt auch bei Heiserkeit auch bei Kratzhals auch bei Blasenentzündungen zum Beispiel kann man mit der Malve als T-Pflanze arbeiten aber sie beruhigt eben nicht nur Schleimhäute und nicht nur den Wagen-Darm-Trakt sondern sie beruhigt auch den Menschen den Nerven weil sie eben so ein bisschen mildernd sich legt um alles was uns reizt ob das jetzt körperliche Reize sind oder ob das tatsächlich auch nervale seelische Ereignisse sind die uns reizen und die uns stören sie macht da so ein bisschen einen Balsam draus und hilft uns besser mit den Dingen umzugehen sie ist wundheilend sodass sie früher auch viel bei Hautentzündungen eingesetzt wurde das ist wichtig auch wieder für den Verdauungstrakt weil wir an der Darmschleimhaut auch gerne wundheilende Komponenten verwenden in der Naturheilkunde um die wieder abzudichten um die zu regenerieren aber diese wundheilenden Eigenschaften die sind oftmals auch interessant wenn seelische Wunden heilen sollen also nach seelischen Traumata kann man mit diesen wundheilenden Blütenpflanzen insbesondere die Blüte hat ja was zu tun mit der seelischen Berührung das heißt diese Blütenpflanzen von denen wir wissen dass sie wundheilend sind so wie es auch beim Gänseblümchen zum Beispiel ist oder bei der Kalendula ist das sind Pflanzen wo wir auch davon ausgehen können dass die auch seelische Wunden heilen helfen und damit unsere mentale Gesundheit wieder unterstützen ja wir haben all diese Kräuter die ich jetzt genannt habe bei Evolution in dem Seelenbalsamtee drin die Melisse die Herzmagen und Nervenstärk die Malve die ist gemütberuhigt den Spitzwegerich die Ringelblumen wir haben zusätzlich noch die Bergmelisse drin die habe ich jetzt gar nicht einzeln aufgeführt ist eine Pflanze die auch eben so eine erfrischende Komponente hat eine kräftigende Komponente hat nervenstärkend wirkt es auch ein echtes Adaptogen Thymian ist mit drin das Gänseblümchen ist mit drin und die Rose ist mit drin und dann zur Abrundung sozusagen noch die Kornblume die auch so eine gute Laune Komponente hat und auch so eine beruhigende Komponente hat mit ihren blauen Blütenblättern einfach auch nochmal eine schöne Abrundung in so einem Tee macht ich mag den sehr diesen Seelenbalsamtee den kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit trinken der macht einen jetzt nicht direkt schlagartig müde aber ich finde er macht eine unglaubliche Gelassenheit ich habe den sehr sehr gerne in meiner großen Teetasse drin und ja brauche den immer rechtzügig auf und habe viele viele Patienten die auch große Fans von diesem Tee geworden sind weil es einfach eine schöne Begleitung ist im Alltag die jetzt nicht als Medikament empfunden werden muss die aber einfach schön für so ein Ritual mit sich selber ist dass man wieder zur Ruhe kommt wir haben diese Komponenten mit diesen Grifonia 5 HTP Kapseln Ashwagandha Shisandra und dem Seelenbalsamtee zusammengepackt in einem Kurpaket bei Evolution das können Sie sich mal angucken wenn Sie sagen ich möchte einfach ganz allgemein für meine seelische Gesundheit was tun meine Happiness unterstützen dann gibt es da so ein Kurpaket da kann man einfach mal vier Wochen lang damit kuren und gucken dass man sich selber was Gutes tut ja und wenn man das Ganze noch ergänzen und abrunden möchte und sagt ja jetzt brauche ich noch so was für sonnige Gemüt von außen dazu dann bietet sich da noch ein Weihrauchöl an Weihrauche sind Stoffgewordenes Sonnenlicht Harze sind Stoffgewordenes Sonnenlicht so hat es der Wilhelm Penikan gesagt und Weihrauch ist ja ein Harz was hier eben als Ölauszug verwendet wird die Boswellia Sacra ist ein sehr wirkungsvolles Weihrauch Extrakt das hier ergänzt wird durch Weißtane Zeder und Mürre die Mürre ist eben nochmal ein Harz das heißt wir unterstützen quasi das Harz mit dem Harz was wirklich einfach den Sonnenprozess nochmal verstärkt und unterstützt und unterstreicht und die Weißtanne und die Zeder sind Nadelbäume das riecht einfach wunderbar das macht so ein bisschen Waldbaden zu Hause in einer schönen Komposition das durchwärmt das kann man verwenden für schmerzende Gelenke zum Beispiel das kann man verwenden für Haut Probleme aber man kann das eben auch als Unterstützung nehmen einfach für die Stimmung zur Stimmungsaufhellung wenn jetzt irgendwann doch der Winter wieder kommt und man das Gefühl hat so ein bisschen Sonne für zu Hause das wäre fein dann kann man eben im Brustbereich oder im Solaplexusbereich damit Einreibungen machen auch im Rücken über dem Solaplexusbereich oder zwischen den Schulterblättern Einreibungen machen um einfach so ein Sonnenritual sich nach Hause zu holen und sich damit in der kalten Jahreszeit zu unterstützen Ja natürlich ist klar dass all diese Dinge jetzt nicht die Unebenheiten ausschalten können die das Leben das menschliche Dasein so mit sich bringt aber es ist absolut erlaubt und legitim in gerade Zeiten die vielleicht ein bisschen wirr sind und schwierig sind und interessant sind sich zu unterstützen um da gut durchzulavieren um da gut durchzusegeln und zu sagen ich komme da gut raus und gut durch Glück ist für jeden individuell und ganz sicher kann man sagen das beginnt in uns und bei allen Komponenten die wir an der Seite stehen haben die uns unterstützen gibt es natürlich kein Glück auf Knopfdruck und kein Glück auf Pilleneinnahme sondern es geht schon darum dass man da einen Prozess draus macht dass man da ein Ritual draus macht dass man mit sich selbst in Balance kommt vielleicht eben mit Unterstützung von pflanzlichen Komponenten vielleicht mit Unterstützung von 5HTP aber es gibt immer so ein bisschen Hausaufgaben die man dann als Menschlein vielleicht auch noch mit einbringen muss damit solche Unterstützungen besonders gut wirken können jeder für sich selbst muss erforschen was sind meine Happiness Momente was macht mich glücklich ist es das Hund das hundertste Hunde Video das ich mir angucke ist es das leckere Essen im Restaurant das ich mir ab und zu gönne ist es das Gläschen Wein das ich einmal im Monat mit Freunden trinke ist es ein schöner neuer Rock den ich mir kaufe oder ist es das Radieschen das in meinem Hochbeet wächst das mich glücklich macht also da gibt es so viele verschiedene Wege ranzugehen wichtig ist glaube ich dass einfach man in sich erforscht was sind meine Glücksmomente was bringt mir richtig gute Laune und was bringt mir nachhaltig gute Laune und dann muss man diese Glücksmomente für sich pflegen also wirklich auch bewusst wahrnehmen ach guck jetzt ist das Radieschen aufgegangen jetzt kann ich das Radieschen ahnden was für ein Glück dass ich das Radieschen gepflanzt habe also das muss man wirklich auch immer wieder mit sich selber in bewussten Austausch sozusagen bringen in Dialog gehen mit sich selber und sich eben die Glücksmomente bewusst machen immer wieder aufs Butterbrot schmieren Sport und Bewegung sind essentiell für unsere Gesundheit und sie sind auch essentiell wichtig für unsere geistige Gesundheit wir sind nicht als Sitz und Bett Wesen kreiert sondern wir sind als Bewegungs Wesen kreiert das heißt der menschliche Körper braucht Sport und Bewegung um gesund zu sein und in diesem menschlichen Körper steckt nun mal unser Seelenleben und unsere mentale Gesundheit das heißt wenn wir mental gesund sein wollen müssen wir körperlich gesund sein das geht einfach Hand in Hand und dafür brauchen wir auch einfach regelmäßige Bewegung jeder für sich das was ihm Spaß macht das was ihm glücklich macht es muss keiner schwere Gewichte stemmen es muss keiner Marathon laufen da darf jeder für sich das Bewegungsmuster finden das ihn am allermeisten erfreut ganz wichtig finde ich dass man sich im Alltag auch zu seinem besten Freund macht oder zu seinem charmantesten Liebhaber manchmal manchmal muss man sich selber zum Essen ausführen oder ins Kino manchmal muss man sich selber mit Kleinigkeiten beschenken die das Herz erfreuen und wenn es eben nur ein im Frühjahr frisch gepflückter Strauß Gänseblümchen ist den man sich in eine kleine Vase auf den Tisch stellt um sich ein bisschen dieses Sonnengefühl mit ins Haus zu holen und man muss die Beziehung mit sich selbst auch pflegen ab und zu muss man sich mit sich selbst verabreden heute heißt das Me-Time verbringen also Zeit mit sich selbst verbringen sich mit sich auseinander zu setzen zu gucken wie geht es mir mit mir wo fühle ich mich gut und wo muss ich mich unterstützen regelmäßiges Lächeln ist ganz wichtig um Glücksbotenstoffe zu aktivieren das kann man üben so im Stillen wenn keiner zuguckt weil tatsächlich wenn die Mundwinkel nach oben gehen und das lang genug ist das muss 60 Sekunden tatsächlich gehen dann werden automatisch Glücksbotenstoffe im Gehirn freigesetzt auch wenn wir gerade total schlecht drauf sind ich sage es Ihnen ganz ehrlich das darf man nicht vom Spiegel machen wenn man schlecht drauf ist und sich selber beim Lächeln zugucken soll das ist ein total blödes Gefühl das muss man erst ein paar Mal im Kämmerlein üben wo man selber sich nicht sieht und auch kein anderer einsieht dann kann man es mal vom Spiegel probieren und lacht vielleicht dabei aber man kann das tatsächlich üben und das ist ganz ähnlich wie ein Gewichtstraining wie Sport letztlich ist es eine muskuläre Komponente die uns hilft Glücksgefühle im Gehirn zu aktivieren man soll sich mit positiven Menschen umgeben heißt also Sozialkontakte die einen beflügeln die einen inspirieren die nicht einen ständig runterziehen sondern die einem Lust machen über sich selbst hinaus zu wachsen positive Menschen das ist auch wieder für jeden was anderes aber das soziale Umfeld ist wirklich essentiell wichtig dafür wie es uns mental geht und da ist auch wichtig zu wissen dass Motivation und Entwicklung nicht durch Druck entsteht also das ist ganz fein wenn man mal einen Trainer hat der einem so ein bisschen mit der Peitsche im Nacken sitzt und sagt du schaffst noch eine Liegestütze mehr aber eigentlich ist es so dass Motivation aufgrund von Sog entsteht wenn wir gesagt bekommen hey das hast du richtig gut gemacht das hast du richtig gut hinbekommen dann haben wir Lust das beim nächsten Mal wieder so gut zu machen oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser zu machen also für uns selber eben auch diesen Sog erzeugen können und oftmals sind wir viel zu streng mit uns selbst und bekritteln uns immer ständig und sehen immer nur was wir alles noch nicht geschafft haben was nicht funktioniert hat und arbeiten nur über Kritik und Druck mit uns selbst wenn wir das drehen können und versuchen können so einen Sog zu erzeugen der uns motiviert mit uns selbst wirklich uns weiter zu entwickeln und in Motivation zu gehen dann ist ganz viel für die mentale Gesundheit getan und für die Happiness die in uns beginnt nochmal zurück auf die Hormone die ich anfangs genannt habe und wie wir sie aktivieren Serotonin durch Bewegung dadurch dass wir in der Natur unterwegs sind Magnesium ist eine Komponente die wir für Serotonin brauchen und wir haben eben vom Patipé kennengelernt Oxytocin das Bindungshormon in dem wir Menschen umarmen in dem wir Tiere streicheln kuscheln und Berührungen machen Oxytocin Ausschüttung auch Komplimente die wir an andere verteilen machen in uns ein Echo ein positives also das heißt man kann diese Dinge durchaus für sich auch beeinflussen jeder hat für sich das in der Hand wir mit seiner Happiness umgehen möchte Dopamin wird ausgeschüttet wenn wir was erledigt haben und damit zufrieden sind also klopfen sie sich selbst auf die Schulter sie haben diesen Tag heute ganz wunderbar hinbekommen und ihr Bestes gegeben Endorphine natürlich hilft auch Bitterschokolade für die Endorphine aber auch laufen sich auspowern Fitness machen was auch immer ihnen Spaß macht aber mal so richtig Gas geben und lachen ist sowieso für ganz vieles die beste Medizin und wir wissen eben dass Glücksbotenstoffe ausgeschüttet werden wenn wir lachen oder lächeln das ist aus dem Internet geklaut einfach nur nochmal als Zusammenfassung Sie haben das ja alles schon vorher gehört ja damit bin ich im Prinzip am Ende von meinem Vortrag zum Thema mentale Gesundheit und Happiness vielleicht noch einfach als Ergänzung warum Evolution Produkte einfach weil es wirklich eine gute Qualität ist die wir hier bekommen wir haben bei den automolekularen Substanzen bei den Kapselpräparaten Reihensubstanzen ohne Schadstoffe die gentechnikfrei und ohne Tierversuche produziert werden was mir persönlich immer ganz wichtig ist wir haben die Stoffe in einer sehr sehr guten Zusammensetzung oftmals mit guten Synergieeffekten so wie jetzt bei dem 5-ATP-Komplex zum Beispiel in optimalen Dosierungen mit einer sehr sehr guten Bio-Verfügbarkeit ist das die werden gut aufgenommen ja und sind damit sehr sehr stark wirksam die Kräutertinkturen sind nach spagyrischen Grundsätzen hergestellt das heißt sie wirken sehr ganzheitlich sie wirken nicht rein auf einer körperlichen Ebene sondern haben eben einen großen Einfluss auf unser geistig seelisches Wohlbefinden die Pflanzen für den Tee sind aus von regionalem Anbau aus biologischem Anbau von Familienunternehmen also die Evolution ist ein Familienunternehmen aber die Hersteller für die Teekräuter sind eben auch Familienunternehmen und alte Höfe das ist einfach irgendwie ein schönes Gesamtpaket was für mich einfach für eine gute Qualität der Produkte und der Firma spricht Ja wenn sie mehr wissen wollen zu den Produkten von Evolution oder wenn sie weitere Webinartermine sehen wollen oder andere Webinare nachhören wollen finden sie alles gesammelt auf www.evolution-international.com da gibt es eine ganze Menge Infos auch auf der Seite da dürfen sie gerne ein bisschen forschen und blättern wenn sie mehr von mir wollen mehr von mir wissen wollen gibt es meine E-Mail meine Homepage www.jump-on.eu und die ein oder andere Veröffentlichung wo sie Dinge von mir nachlesen können ich freue mich sehr wenn wir uns zum nächsten Thema im nächsten Webinar von der Firma Evolution wiedersehen und in Austausch miteinander gehen können und ich hoffe dass ich ein bisschen sie inspirieren konnte für ihre mentale Gesundheit und ihre Happiness Alles Gute für Sie Tschüss